Hier werden Sie etwas über das Leben auf dem Land erfahren. Dann können Sie ein Interview mit einem kleinen Jungen hören, der ganz interessante Sachen über sich und sein Leben erzählt. Aber fangen wir doch an mit etwas typisch Deutschem. Die Gemütlichkeit. Chris Pohl hat Hannelore Beutel gefragt, was dieses Wort für sie bedeutet. Sicher haben Sie es schon einmal gehört und versucht, es zu übersetzen. Haben Sie eine Übersetzung dafür gefunden? Nicht? Hören Sie einfach unser Interview. Dann vergessen Sie nicht mehr, was man mit diesem Wort alles sagen kann. Gemütlich ist für mich, wenn es warm ist und weich und ich zu Hause sitze auf meinem Sofa und die Katze sitzt auf meinem Schoß und schnurrt. Das ist gemütlich, wenn da der Tee in der Kanne raucht und die Teetasse gefüllt ist und der Tag langsam zur Neige geht. Das ist gemütlich. Und ich weiß, mein Sohn ist da und arbeitet irgendwas im Haus und ich bin zufrieden. Frau Beutel hat ihre Rituale, wenn sie von der Arbeit kommt. Hören Sie. Ja, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann muss ich mich erstmal ausruhen. Dann schlafe ich eine Stunde und dann mache ich es mir gemütlich. Das ist ein Ritual. Da sitze ich mich hin, da koche ich mir einen Kaffee und dann lese ich eine Stunde Zeitung. Das ist auch gemütlich. Und da möchte ich auch nicht gestört werden. Dann werde ich ungemütlich. Ja. Und wie muss ein Raum aussehen, um gemütlich zu sein? Also er muss sauber sein, einigermaßen aufgeräumt. Es muss gut riechen. Es darf kein unangenehmer Geruch sein. Genügend Beleuchtungsquellen. Also es muss Licht da sein, dass ich lesen kann. Wenn der Boden zu kalt ist, das mag ich nicht. Also da müssen Teppiche sein oder auch warme Kacheln. Also es darf nicht kalt sein. Letzte Frage an Frau Beutel. Braucht sie auch vielleicht spezielle Möbel, spezielle Sachen in ihrem Haus, damit sie es gemütlich findet? Ja, ich brauche dann etwas, wo ich die Teetasse hinstelle oder die Kaffeetasse. Also ich brauche einen Tisch. Zeitung lese ich auch immer am Tisch. Und manchmal, wenn ich ein Buch lese, dann lege ich auf dem Sofa. Also das sind schon die Möbel, die ich brauche. Tisch, Stuhl, Sofa. Haben Sie, Frau Beutel, verstanden? Wo ist es besonders gemütlich? Was denken Sie? Am Arbeitsplatz? In einem Geschäft? Zu Hause? Zu Hause natürlich. Besonders in einem Sessel oder auf dem Sofa. Wenn es warm ist und weich und ich zu Hause sitze auf meinem Sofa. Was macht sie, wenn es gemütlich ist? Macht sie Kaffee? Spricht sie mit Freunden? Liest sie die Zeitung? Sie macht Kaffee und liest die Zeitung. Da koche ich mir einen Kaffee und dann lese ich eine Stunde Zeitung. Das ist auch gemütlich. Und wie muss ein gemütliches Zimmer sein? Und wie darf es nicht sein? Wiederholen Sie doch zuerst die Adjektive. Also Angenehm Das Gegenteil ist Unangenehm Bequem Das Gegenteil ist Unbequem Sauber Das Gegenteil ist Schmutzig Schmutzig Das Gegenteil ist Dunkel Ein Beispiel Ein gemütliches Zimmer muss angenehm sein. Ein gemütliches Zimmer darf nicht unangenehm sein. Und nun Sie Das Sofa muss bequem sein. Das Sofa darf nicht unbequem sein. Das Zimmer muss sauber sein. Das Zimmer darf nicht schmutzig sein. Das Wohnzimmer muss hell sein. Das Wohnzimmer darf nicht dunkel sein. Gut Hören Sie jetzt noch einmal Frau Beutel Wenn es warm ist und weich und ich zu Hause sitze auf meinem Sofa Wiederholen Sie Ich sitze auf meinem Sofa Ach, diese Verben Sitzen, liegen, stehen Tja Welches passt denn zu welchem Möbelstück? Hören Sie ein Beispiel Zeitung auf dem Sofa Die Zeitung liegt auf dem Sofa Und nun Sie Tasse auf dem Tisch Die Tasse steht auf dem Tisch Frau Beutel in ihrem Sessel Frau Beutel sitzt in ihrem Sessel Ihr Sohn im Bett Ihr Sohn liegt im Bett Und sie Sie im Bus Ich sitze im Bus Ja Sie sitzen oder stehen im Bus Oder liegen Sie gerade gemütlich zu Hause auf dem Sofa Ich sitze Und ich shall Ich dúiete Dank